Bei uns steht das Wohlergehen unserer Patientinnen und Patienten im Vordergrund. Privatklinik Lindberg. Im heutigen TopMed informieren wir Sie über das spannende Thema der Eigenbluttherapie. Und zwar im Bereich der Orthopädie. Für das begrüsse ich zwei Fachärztinnen hier bei mir im Studio. Freut mich sehr, dass Sie beide da sind. Zum einen Frau Dr. Alexa Schmid-Steinbach und Frau Vivian Zentmeyer-Molnar. Herzlich willkommen im TopMed. Danke schön. Frau Schmid, ich erkläre es mit meinem einfachen Wort. Eigenbluttherapie bedeutet, man entnimmt am Patient sein eigenes Blut. Es geht durch eine Zentrifuge und es wird wieder am Patient gespritzt. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen genauer formulieren? Ja, im Grunde ist es tatsächlich fast so einfach, muss man sagen. Es wird venöses Blut entnommen, wie bei einer ganz normalen Blutentnahme. Dieses Blut wird zentrifugiert. Und das Wichtige ist eigentlich, dass eben nicht der gesamte Blutanteil wieder appliziert wird, den Patienten wieder gespritzt wird, sondern in der Zentrifuge trennen sich quasi die Zellulären von den Plasmaanteilen des Blutes. Und das Plasma ist genau das, um das es geht. Das ist genau das, was uns den Effekt quasi gibt, beziehungsweise die Stoffe, die im Plasma gelöst sind. Gehen wir sicherlich später im Detail noch darauf ein. Aber ja, ansonsten ist es tatsächlich fast schon so einfach. Die Methode gibt es schon extrem lange. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso macht man das genau? Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen mit dem Plasma, welches nachher am Patienten wieder gespritzt wird. Was hat das für einen Effekt? Genau, es gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange. Die Eigenbluttherapie, ursprünglich so genannt, sogar eigentlich schon seit Anfang des vorigen Jahrhunderts, muss man sagen. Damals hat man allerdings wirklich noch das gesamte Blut wieder zurückgegeben, auch schon im Bereich von Infektionen angewendet. Und die Technik, so wie wir sie anwenden, wie wir sie kennen, eigentlich erst so seit den 90er Jahren. Die Effekte vom Plasma, beziehungsweise den Wirkstoffen im Plasma, es geht da vor allen Dingen um Wachstumsfaktoren, es geht da um Plättchen. Können wir später gerne noch mal auf die einzelnen Blutbestandteile ein bisschen eingehen. Der Effekt ist letztendlich der, dass man die Leistung dieser Faktoren, die in jedem Körper von uns stattfinden, wenn wir eine Verletzung haben, wenn wir eine Entzündung haben, dass man die potenziert, dass man quasi die relevanten Stoffe in höherer Konzentration genau an den Ort bringen, wo sie dann auch wirken sollen und wo sie in höherer Konzentration dann eben auch eine bessere Wirkung aufweisen. Ja, Frau Schmid, die Eigenbluttherapie wird in ganz vielen verschiedenen Bereichen angewendet. Gehen wir vielleicht noch über zu Frau Zempmaier. Wo braucht ihr das genau? Also wir sind Fachherzene für Orthopädie und Traumatologie und ich bin vor allem im Bereich Fuss- und Kniegelenkchirurgie oder Problematiken spezialisiert und auch in diesem Bereich setze ich es natürlich auch prima einsetzen. Nebenan habe ich noch eine zweite Leidenschaft, sagen wir mal, die Sportmedizin. Und ich schon seit 2012 auch Teamärztin bin von der Frau Fussball-Nationalmannschaft. Ich bin schon lange in diesem sportmedizinischen Bereich und da gibt es auch grosse Anwendungsmöglichkeiten. Also man kann grob unterscheiden in den akuten Verletzungen, wie zum Beispiel Muskelverletzungen, wo es auch bei den Spitzensportlern eingesetzt wird vielfach. Oder dann eben auch bei Abnutzungs- oder Verschleisserscheinungen, bei Sehnenansatzproblematiken. Oder wie wir jetzt bei dem Patienten, den wir nachher sehen, die Mischspieler, bei einer beginnenden Arthrose, wo man das sehr gut einsetzen kann. Wieso ist die Eigenbluttherapie so auf dem Vormarsch? Also das ist wirklich, es kommt jetzt immer häufiger, man hört das immer mehr. Was ist da gegangen in den letzten Jahren? Nei, ich sage mal so, es gibt immer noch Alternativen zu der Eigenbluttherapie, gerade wie man immer wieder gehört, das Kortison oder das Hyaluron. Ich glaube, den Stellenwert haben sie weiter in der Orthopädie. Aber es ist natürlich schon so, dass gerade beim Kortison vielleicht zum Beispiel bei Leuten mit einer Zuckerkrankheit, das kann sein, dass der Stoffwechsel entgleist oder aber auch, dass es Leute gibt, die allergische Reaktionen auf etwas zeigen und dass man gerne eine Alternative hat. Und das Eigenblut ist wirklich eine 100% körpereigene Substanz, die in der Regel gut vertreibt wird und die auch in vielen Studien zu bewiesen hat, dass es vor allem im Langzeiteffekt ein bisschen vielleicht anderer Substanzen überlegen ist. Und darum, glaube ich, hat das immer mehr an Boden gewonnen und auch viel mehr an Bedeutung. Natürlich hat es auch Studien, die wir in den letzten paar Jahren machen konnten, und einfach die ganze Technik, die da weitergekommen ist. Frau Zentmayer, es gibt die ACP-Therapie, das ist eben so eine Eigenbluttherapie. Was ist das genau? Also im Endeffekt sind es verschiedene Synonyme, die man hat. Also der Oberbegriff ist eigentlich der sogenannte PRP, das Plasma-Ritched Plasma, Plattlet-Ritched Plasma, Entschuldigung, eigentlich das Trombozytenangereichte Plasma, das, was Frau Schmid schon gesagt hat. ACP ist eigentlich eine Art, das Synonym ist von der Firma Artex ein eigener Handelsbegriff eigentlich, für das Gleiche eigentlich, das sind Plasma-Bestandteile mit Trombozyten. Frau Schmid, was passiert da genau mit dem Blut, wenn das in so eine Zentrifuge hineinkommt? Was wird da nachher genau gewonnen? Ja, letztendlich ist der Prozess vom Zentrifugieren einfach dazu da, wie gesagt, die verschiedenen Bestandteile des Blutes voneinander zu trennen. Und man trennt das wie in anderen Bereichen durch Zentrifugation eigentlich nach Größe. Und Sie müssen sich das so vorstellen, die zellulären Blutbestandteile, das ist das, was man so allgemein kennt, als weiße Blutkörperchen, als rote Blutkörperchen und als Plättchen eigentlich. Und die haben alle ein unterschiedliches, spezifisches Gewicht, wie man sagt, und letztendlich eine unterschiedliche Größe und werden eigentlich nach Größe sortiert in der Zentrifuge. Und dadurch trennen wir die zellulären Anteile und das übrigbleibende Plasma, was eigentlich zu über 90 Prozent aus Wasser besteht, aber eben auch noch aus Wachstumsfaktoren, aus einer Großzahl an Proteinen. Und aber man nimmt in diese Plasmafraktion eben auch noch ganz wichtig diese Plättchen, weil die Plättchen, eben die Thrombozyten, diejenigen sind, die letztendlich zur Stimulation von den Wachstumsfaktoren und von gewissen Heilungs- beziehungsweise Regenerationsprozessen wichtig sind. Also da entsteht wirklich eine Trennung. Mir kommt gerade nur in den Sinn, dass Achterbahnfahren gesund ist, oder? Dann passiert das ja wie auch so ein bisschen im Körper drin. Ich kenne die Studienlage dazu nicht, aber es ist ein interessanter Aspekt. Aber ich glaube, wir sehen es nachher sehr schön im Einspieler, auch für jeden Patienten eigentlich klar ersichtlich, dass da etwas passiert tatsächlich, dass da etwas getrennt wird und welchen Teil wir dann wirklich verwenden für die Therapie. Wir haben vor der Sendung, Sie haben es gerade angesprochen, eben können aufzeichnen, wie so eine Eigenbluttherapie ablauft, von Zendt Mayer. Da haben wir einen Patienten von Ihnen dürfen so eine Eigenbluttherapie wirklich gerade durchführen. Das schauen wir uns jetzt dann gerade an. Was hat der Patient für eine Erkrankung? Also das ist ein Patient, den ich noch häufig in der Spechstunde auch sehe. Das ist ein 71-jähriger Patient, der aber noch sehr aktiv ist mit Wandern und der jetzt einfach die beginnende Arthrose entwickelt hat. Und das hat zu einer Reizerscheinung im Kniegelenk geführt. Das Gelenk ist wie reibig und der Körper versucht, das besser zu schmieren, macht darum mehr Gelenksflüssigkeit. damit es besser wirklich geschmiert ist. Und die Gelenksflüssigkeit hat in den Kapseln irgendwann mal keinen Platz mehr und sucht sich dann halt einen Ausweg. Und dann oftmals passiert es, dass sich in den Kniekehlen eine sogenannte Baker-Züste bildet. Das ist ein Ort, welcher vielen Leuten geläufig ist. Und das ist wie eine Art ein zusätzliches Reservoir, was sich bildet, wo sich die Gelenksflüssigkeit dann ein bisschen entlastet, entleert. Und er hat jetzt eine sehr grosse Baker-Züste gehabt, die man nachher in der Ultraschalluntersuchung auch gut sehen kann. Okay, ja, schauen wir uns das so sehr gerne an. Frau Schmitz, Sie dürfen gerade mal erklären, was man da sieht bei dieser Eigenbluttherapie. Gerne. Ja, wie gesagt, angefangen das Ganze eigentlich mit einer ganz gewöhnlichen Blutabnahme, mit einer venösen Blutabnahme aus der Ellenbeuge, wie hier beim Patienten zu sehen ist. Das kennt wahrscheinlich jeder unangenehme Weise vom Hausarzt. Jetzt ist im Bild schon zu sehen diese spezielle Doppelspritze. Das ist ein Spritzensystem in der Spritze. Man sieht jetzt hier, wie das venöse Blut durch dieses kleine Schläuchlein da in die Spritze gefüllt wird. Abgenommen werden 15 Milliliter. Das ist das, was Platz hat in dieser Spritze. Das ist schon fast der unangenehmste Teil für den Patienten gewesen. Jetzt sieht man, wie diese Spritze in die Zentrifuge gestellt wird. Es wird verschlossen und dann wird das Ganze fünf Minuten lang zentrifugiert. Und dort passiert eben dann die Trannung. Genau. Da passiert jetzt dieser Trennungseffekt, den wir gleich sicherlich sehr schön sehen können. Das ist jetzt die Ultraschalluntersuchung. Das ist, ja, man wundert sich vielleicht ein bisschen über das Format. Ein sehr elegantes Handheld-Ultraschallgerät, weil wir uns das natürlich jetzt hier nicht auch noch mit in die Sendung bringen konnten. Da hat man jetzt die erwähnte Belkerzyste eigentlich schön im Bild sehen können. Und das ist jetzt eigentlich schon das getrennte Blut. Das, was jetzt in die innere Spritze aufgezogen wird, das ist das sogenannte Blutplasma. In der Regel eben so eine hellgelbe Flüssigkeit. Gewinn tun wir meistens so zwischen drei und fünf Milliliter pro Blutentnahme, also reines Plasma. Und hier wird jetzt nach Desinfektion des Kniegelenkes dieses Plasma wieder in das Gelenk infiltriert. Also es ist wirklich unglaublich, wie das jetzt da rasch und schnell geht. Ja, es ist jetzt sicherlich ein bisschen der Zeitraffer, aber ehrlicherweise auch bei uns in der Praxis dauert die ganze Prozedur eigentlich zwischen 15 und 20 Minuten vielleicht maximal. Sie haben so eine Spritze jetzt da auch noch für die Zandung bereitgelegt, weil das ist unglaublich spannend. Das ist eine Spritze in der Spritze. Können Sie uns das mal erklären, was passiert da genau? Genau. Die Idee dahinter... Ich dachte, Sie können es sich ein bisschen unterheben. Genau. Die Idee dahinter ist eigentlich, vor allen Dingen, dass man so wenig wie möglich manipulieren muss mit dem Plasma, dass man es nicht in dem einen Gefäß quasi entnimmt, um es dann wieder in ein anderes zu füllen und es dann erst zu infiltrieren. Das erspart Zeit, aber es ist natürlich vor allen Dingen auch eine Frage der Sterilität und der einfachen Handhabung. Und hier ist es jetzt tatsächlich so, dass mit der ersten Spritze eigentlich das Blut in die größere der beiden Spritzen aufgezogen wird. Da sieht man die Markierung, das sind die 15 Milliliter und dann wird das Ganze zentrifugiert und dann können wir das Ganze einfach mit einer Handbewegung lösen und haben dann hier drin das natürlich dann aufgezogene Plasma, was man eben in dem Einspieler gesehen hat und können dann genau aus dieser Spritze eben das Plasma auch wieder infiltrieren. Es sieht wirklich so einfach aus und wir haben das ja vorhin gerade im Studio so gemacht und es ist unglaublich schnell auch gegangen, wie Sie gesagt haben, bei Ihnen in der Praxis geht das vielleicht irgendwie mehr 10 Minuten, eine Viertelstunde. Auf was muss man achten? Was sind vielleicht noch Gefahren? Und man muss vorsichtig sein? Gut, ich denke, das ist prinzipiell wie bei jeder Infiltration, die man vornimmt und vor allen Dingen Infiltration, die man im Gelenksbereich vornimmt, dass man nach hohen Sterilitätskriterien arbeitet, das heißt, es muss wirklich sauber gehandhabt werden, das Material, es muss desinfiziert werden. Das sind eigentlich aber in der Orthopädie sowieso, sag ich mal, die gängigen Arbeitsprinzipien, was jede Infiltration angeht. Es ist dann etwas, der zeitliche Faktor, das hatten wir im Vorfeld auch schon mal angesprochen, dieses Plasma darf nicht zu lange quasi liegen oder in dieser Spritze verbleiben, weil es dann möglicherweise eindickt und dann kann man es nicht mehr gut applizieren, das heißt, man muss wirklich auf einen gewissen flüssigen Arbeitsprozess Acht geben. Die generellen, ja, möglichen Risiken sind, wie gesagt, ein sehr, sehr geringes Infektionsrisiko, einfach generell, wie wir bei jeder Infiltration, Blutabnahme oder ähnlichem allenfalls haben, aber die Risiken sind tatsächlich beim ACP eben wirklich sehr gering. Wie Frau Zentmeier schon gesagt hat, vor allen Dingen Reaktionen auf das Plasma, weil es eben wirklich das eigene ist, dafür steht eben dieses ACP auch autologisch konditioniertes Plasma, das heißt, wir haben keine Fremdkörper oder allergischen Reaktionen eigentlich darauf und das macht eben auch den großen Vorteil, dass es eigentlich mehr oder weniger für jeden verträglich ist, für jeden anwendbar ist. Frau Zentmeier, könnte man auch Blut von jemand anderem nehmen? Die Blutbestandte sind natürlich sehr individuell, die sind natürlich pro Patient eigentlich fast wie den Finger abgedrückt und es ist natürlich so, dass wenn man Blut oder das Blutplasma von einem anderen Patienten nehmen würde, dass es eine immunologische Reaktion geben könnte, dass es einfach als körperfremd erkannt wird und das sollte man entsprechend nicht unbedingt machen. Also das eigene Blut ist eigentlich schon das, was man verwendet. Sie haben das Blut jetzt vorher gespritzt, man tut nachher mit dem Patient das Knie noch ein bisschen wieder dehnen oder einfach dort, wo es gespritzt wird. Was passiert nachher? Kann er wieder rauslaufen? Oder gibt es dann nochmal eine Bezugung? Ja, das hat man im Spieler gar nicht mehr gesehen, aber im Prinzip ist es wirklich so, dass man es ein bisschen durchbewegt, dass es sich gut im Gelenk verteilt, aber der Patient kann unmittelbar nach dem Spritzen einfach wieder aufstehen und kann normal nach Hause laufen, ohne irgendwelche Probleme. Es gibt vielleicht Leute, die einen kleinen Druck verspüren, weil man natürlich ein bisschen mehr Flüssigkeit in die Gelenkskapseln reingespritzt, sodass es vorgängig hatte, aber grundsätzlich gibt es da eigentlich keine grösseren Einschränkungen. Ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, es ist vielleicht auch ein bisschen zu unterscheiden, wo wir das applizieren. Sie hatten es gesagt, es gibt wirklich ein sehr breites Anwendungsspektrum. Ich persönlich bin jetzt, im Gegensatz zu Frau Dr. Zentmeier, spezialisiert auf Schulterschirurgie und Hüfte und gerade im Bereich der Schulter gibt es tatsächlich sehr viele Anwendungsgebiete und da spritzen wir nicht unbedingt nur ins Gelenk, sondern eben auch im Bereich von heilenden Sehnen oder chronisch entzündeten Sehnenansätzen. Auch im Bereich des Ellbogens ist so eines der großen klassischen Beispiele, die auch, wo die Studienlage auch sehr gut erforscht ist. Der Tennisellbogen ist vielleicht auch etwas, was vielen bekannt ist, was viele vielleicht leider auch schon mal selbst erlebt haben. Da haben wir natürlich auch andere Platzverhältnisse, als wenn wir jetzt in einen vorgegebenen Hohlraum wie das Gelenk spritzen. Das heißt, da kann es schon über einige Tage zu gewissen Reizsymptomen lokal kommen, aber eben auch einfach durch den sich aufbauenden Druck, aber ein Stück weit auch durch die Reaktion, die wir letztendlich erreichen wollen und die wir anstoßen mit der Behandlung, aber mehr als eine relative Schonung über zwei, drei Tage. Das heißt, vielleicht jetzt nicht gerade hier rauslaufen und Vorspielen gehen oder eben klassischerweise dann eben auch Tennis. Ansonsten braucht es nicht viel. Sie schaffen jetzt vor allem mit der Zentrifuge, Frau Zentmaier. Gibt es auch Methoden, dass man dem Blut selber auch noch etwas zufügt und es dann wieder am Patienten spritzt? Das ist ein bisschen die Zukunftsmusik. Das sind verschiedene Studien im Gang, wo man wirklich Forschung betreibt. Es ist natürlich schon so, dass man eigentlich mit dem ACP oder mit dem PRP, der der Überbegriff ja eigentlich ist, nur dort Heilung kann forcieren oder fördern, wo auch Substanz zum Heilen ist. Und gerade wenn es irgendwo eine Defektzone ist oder Substanzeffekte da sind und eigentlich wie das Baumaterial fehlt, dass man nicht nur den Baumeister auf den Bauplatz schicken kann, sondern man muss auch das Baumaterial mitliefern. Und da sind jetzt wirklich Studien im Gang, wo man zum Beispiel aus einem Medikament auch eine längere Wirkung hat. Und auch die Langzeitstudien zeigen, dass das wirklich eine gute Sache ist. Wie viele Mal muss man dann kommen, wenn man jetzt sagt, gut, ich möchte jetzt gerne mit einer Eigenbluttherapie arbeiten, zum Beispiel mit dem Knie oder mit dem Fussgelenk. Bin ich dann alle Woche bei Ihnen oder? Jein. Es ist schon so, dass sich bei der Eigenbluttherapie so etwas etabliert, dass man zwei bis drei Spritzen im Abstand von einer guten Woche macht. Auch ein bisschen abhängt davon, wie die Reaktion von einem Patienten ist. Eben wie wir schon eingangs gesagt haben, es ist im Prinzip, wie soll ich sagen, Förderung von der Selbstheilung und es ist im Gegensatz zu einer Cortison, die man spritzt, die einfach von Beginn weg eigentlich gegen die Entzündung kämpft. Ist es dort so, dass eigentlich in einem ersten Schritt die Entzündung fast ein bisschen angefacht oder angeflacht wird, dass es mehr Entzündungen gibt und das aber dann zu einer Selbstheilung führen kann. Und im Langzeitverlauf dann in vielen Studien, man findet immer etwas, was dagegen spricht, aber in vielen Studien dann halt doch der anderen Substanzen ein bisschen überlegen ist. Und dadurch, dass man wirklich etwas im Körper wieder gibt, das er ja schon gehabt hat, besteht eine Gefahr, oder gibt es das, dass ein Patient das abstösst, was man ihm dann... Nein, eigentlich eben nicht. Im Gegensatz zu Cortison oder Hyaluron, das ist so die Gelenkschmiere, die so die Alternativprodukte sind, die man spritzen kann, gibt es da eigentlich bezüglich der allergischen oder immunologischen Reaktion vom Eigenblut eigentlich weniger. Sie haben es vorhin angesprochen, Sie sind eben auch als Sportärztin unterwegs, vor allem auch im Bereich vom Fussball. Wo braucht ihr das am meist, oder wo ist es dort gut mit so einer... Im Spitzensport ist es schon lange etabliert, z.B. auch bei Muskelverletzungen, also wirklich, dass es bei Muskelzerrungen oder Muskelfaser oder Bündelriss zum Beispiel eingesetzt wird. Es ist eben auch dort, vor allem bei den Überlastungsproblematiken der Sehne, gerade auch z.B. im Fussbereich Achillessehne, das ist die kräftigste Sehne im Körper, hat eine enorme Spannung. Und wenn man Cortison zum Beispiel an Sehnen ansetzt, oder überhaupt an Sehnen hanspritzt, ist das mit einem gewissen Risiko verbunden. Das macht die Sehne ein bisschen und der Heilungsprozess, was die Entzündung ist, abrupt abbremsen. Und gerade im Bereich der Achillessehne, wenn man die Cortison spritzt, ist das Risiko einer Achillessehnerrisse auch da. Das heisst, gerade in diesem Anwendungsbereich ist z.B. das Eigenblut auch eine sehr gute Alternative. Sie arbeiten auch mit jungen Menschen. Wir haben vorhin beim E-Spieler gesehen, dass es ein Patient war, der 71 ist, aber sie arbeiten auch mit jungen Menschen. Was ist das Jüngste, das Sie bei Ihnen in der Praxis haben? Das sind wirklich teilweise so. Die Spitzensportler, die ich von der Fussball-Nationalmannschaft kann, die sind ja beginnend von 17, 18 bis, ich sage jetzt mal, die Ältesten, vielleicht etwa um die 30, was ja auch kein Alter ist, aber wo halt in diesem Spitzensport tätig sind. Und Sie, Frau Schmid, brauchen die Eigenbluttherapie für Schulter-, Hüften-, Ellenbogen. Was ist da so die häufigste Ursache, dass Sie sagen, doch das wäre vielleicht noch gute Methoden, die Eigenbluttherapie? Wie gesagt, der Klassiker ist tatsächlich auch der Tennis-Ellbogen, also die chronischen Ansatzreizungen von Sehnenansätzen. Bei generell den grösseren Gelenken, eben wie Kniegelenk, wie wir es gesehen haben, Hüfte, Schulter, Sprunggelenk, sind es tatsächlich die beginnenden Arthrosen, die sehr gut darauf ansprechen. Aber gerade an der Schulter sind viele Verletzungen weniger, betreffen weniger das eigentliche Schultergelenk, sondern wirklich die Weichteile drumherum, die Rotatorenmanschette zum Beispiel. Und da wird im Moment vor allen Dingen auch nach wie vor sehr viel geforscht, ob man die Sehnenheilung zum Beispiel auch in Folge von einer Operation, Rotatorenmanschetten, Rekonstruktion zum Beispiel stimulieren kann und die Ergebnisse noch weiter verbessern kann. Das heißt, da gibt es tatsächlich auch sehr viel, was vielleicht in den nächsten Jahren noch zusätzlich an Informationen kommen wird. Wir haben es vorhin gesehen, Frau Zentmayer, Sie haben mit so einer kleinen Ultraschall vorher gearbeitet. Wie läuft das ab während dieser Therapie, wo genau muss das Plasma dann gespritzt werden beim Patienten? Genau, also ich sage jetzt mal, gerade im Kniegelenksbereich ist es wirklich legitim, kann man das Gelenk gut so punktieren, aber gerade im Schulter- oder Fussbereich, wo wir auch tätig sind, da sind Platzverhältnisse deutlich enger. Gerade im Sehnenansatzbereich wird man das mit dem Ultraschall wirklich genau darstellen, dass man das, wenn man so einen Aufwand betreibt und die Spritzen appliziert, dass die wirklich genau an Ort und Stelle kommen. Und da haben wir uns auch spezifisch weitergebildet mit dem Facharzt für Ultraschallmedizin im Bewegungsapparat, wo wir gefunden haben, das ist für uns eine sehr gute Ergänzung. Es tut für uns ganz klar die Qualität der Therapie verbessern, weil ich ganz genau weiss, wo spritze ich es hin, wie muss die Nadel liegen etc. Ich glaube, das ist ein deutlicher Gewinn für uns und auch für den Patienten. Frau Schmidt, wenn man zu Ihnen kommt, was sind die Voraussetzungen, dass eine Eigenbluttherapie infrage kommt? Ich glaube, wie gesagt, es gibt sehr viele Anwendungsgebiete. Ich glaube, wichtig ist vor allem auch, was der Patient sich erwartet von einer Behandlung. Und gerade wenn wir über frühe Arthrosen sprechen, ist es ja oft so, dass Patienten dadurch sehr stark eingeschränkt sind in ihrem Alltag. Aber zum Beispiel operative Eingriffe, wie vor allen Dingen den Gelenks, den künstlichen Gelenksersatz einfach scheuen, sich vielleicht noch nicht bereit fühlen dazu und auf der Suche sind nach etwas, das vielleicht noch eine Zeit lang hinaus zu zögern. Und das zum Beispiel ist eine sehr gute Indikation, wie wir es nennen, für die Eigenbluttherapie, wo man einfach sagen kann, man verbessert noch mal die Schmierverhältnisse in diesem Gelenk mit einer Möglichkeit, die wie gesagt sehr nebenwirkungsarm oder nebenwirkungsfrei ist tatsächlich. Das ist sicherlich eine der Hauptindikationen, die beginnenden oder mittelmäßig ausgeprägten Arthrosen, wo man einfach sagt, man möchte eine Schmerzverbesserung haben und man möchte die Beweglichkeit noch längere Zeit aufrechterhalten, bevor man vielleicht über einen Gelenksersatz spricht. Und das andere sind, wie gesagt, die chronischen Ansatzproblematiken oder Sehnenverletzungen, Sehnenrupturen, gerade auch im Schulterbereich. Das ist auch so ein typisches Beispiel. Eine Schulteroperation ist vielleicht bei manchen Verletzungen gar nicht zwingend notwendig, wenn wir mit Anwendung von Eigenbluttherapie vielleicht die eigenen Heilungsprozesse, Regenerationsprozesse ein Stück weit anstoßen können und dann möglicherweise eben auch eine Operation umgehen können für den Patienten. Und das ist das, was viele möchten. Was gibt es da abzuklären, wann ich zu Ihnen komme? Was passiert da genau in den ersten Schritten? Also eine wirkliche Kontraindikation, das heisst Patienten, wo wir sagen, nein, da ist es wirklich nicht anwendbar, diese Therapie gibt es praktisch nicht. Bis auf akute Infektionen, vor allen Dingen natürlich in dem Bereich, wo die Therapie allenfalls zur Anwendung kommen soll. Und zum Beispiel Bluterkrankungen, natürlich vor allen Dingen bösartige Bluterkrankungen, wo das Ganze sicherlich auch nicht empfohlen ist. Ansonsten ist eben auch wieder das Schöne im Gegensatz zum Beispiel zum Cortison, wo wir Patienten haben, die möglicherweise einen Diabetes haben oder einen Bluthochdruck, beides Erkrankungen, die entgleisen können nach Cortisongabe und das sehen wir halt einfach in der Eigenbluttherapie nicht. Das heißt auch solchen Patienten sind dann solche Therapien, alternative Therapien zugänglich und das wird wirklich sehr geschätzt. Aber prinzipiell an Abklärung bei uns in der Sprechstunde gehört eine Anamnese dazu, es gehört immer eine gründliche körperliche Untersuchung dazu. Wir bedienen uns, wie gesagt, beide des Ultraschalls, was nochmal ein zusätzliches Diagnostikum ist und dann muss man schauen, was der Patient wirklich erwartet, was sein Leidensdruck ist und was wir ihm anbieten können. Und eben Frau Zentmeier noch ganz schnell zum Schluss, so wie ich jetzt das verstanden habe, ist es nicht so, dass es eine Langzeittherapie muss sein, sondern dass es wirklich auch kurzfristig eingesetzt werden kann. Genau, also im Prinzip sind es wirklich halt in der Regel zwei bis drei Spritzen, ein bisschen im Abstand von einer guten Woche bis zehn Tage, ein bisschen abhängig von der Reaktion, wie der Patient darauf reagiert, sprich ob es eine stärkere Entzündungsreaktion gibt oder nicht und das ist aber das Ziel, dass man einfach längerfristig den Effekt davon hat. Also es ist nicht so, dass der Patient bei mir durchgast ist und dann alle paar Monate wieder antraben muss, sondern das ist wirklich eine Möglichkeit eben zum Beispiel einen Gelenksatz auszuziehen und dass man vielleicht auch noch Monate gewinnt. Frau Zentmeier, Frau Schmidt, danke Ihnen vielmals, dass Sie beide heute bei mir im Top-Med gewesen sind. Sehr, sehr spannend, die Eigenbluttherapie im Bereich der Orthopädie und Ihnen zu Hause. Hoffentlich hat es auch Spass gemacht, zum Zuschauen und die Spannung gewesen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Bei uns steht das Wohlergehen unserer Patientinnen und Patienten im Vordergrund. Privatklinik Lindberg.